Carrying, ok. Wir spielen auch im Team, boh, nicht keinander. Wenn schon, dann musst du die Gegner carrieren. Hey, jajajajaja. Die Gegner-Carrying ist besser. Ich wollte schon mal in der Greif-Klinik, bin jetzt der Wichtiges verzichten, haben. Auch nur kurz. Und mit dem Auge packt. Jungen gewassenen Fetter Völker Und wie viele Bresche landen? Scheiße Egal mit Farone? Normalkohle? Oh nee, so liegen hier keine Waffen mehr Warte Es cracken Oh Bruder, spielen beide auf mich Was denn? Was ein fetter Kino Boah Digga, das ist ein Typ, oh shit Antios, Antios, komm hier rein Warte Die treffen nichts, Bruder Juh, hab einen Nein, keine Munis mehr, Bruder Ich renne da rüber und... Ey, komm, jemand fällt zu mir, komm mal fällt zu mir Hey, jetzt Kronen fallen was Ey, das ist ein Kronen-Spieler Antios, kommt schon Ja Antios, kommt schon Antios, Antios, komm hier rein Ja Nein Hey, Antios, Antios, komm schnell zu mir Was? Ich hoffe das nicht Ja, da sind doch Gegner, hörst du echt zu dir Nein, komm zu mir, komm zu mir Nein, das sind Gegner Nein, keiner ist da Nein, keiner ist da Ey, könnt ihr, ey, Sally, komm schnell zu mir Ja Ach, sicher, komm Ich bin zu spät, Juh Da waren keine mehr, gell? Wo sind die denn? Da sind doch welche Bei Feierfuchs Nein Digga Feierfuchs geht down Woll ich mal eine Krone mitnehmen? Sally, hol wieder, Sally Okay Hol dir dann einfach die Krone Warte, warte, ich hol noch die andere Karte Warte, warte, ich hol noch die andere Karte Werden jetzt beide, die nicht richtig oder wie? Jo, ich hab ihn Jo, ich hab ihn Hier, Krone liegt Ich hol ihn Ja, ich hab dich gewuscht Ja, beide leben wieder Da liegen zwei Krone Holt euch die Krone, Jungs Holt euch die Krone, Jungs Ein Team auseinandergenommen Lauf Ich hab ihn nicht Ich hab ihn nicht Stark, stark Jetzt wollen wir den Krone winnen Ja, hoffentlich Ja, schön Mach schon Oder ein Fahrer Der von uns hat Für Feierfuchs Der von uns hat Die Krone Jo, die Krone haben Die Gegner schon angelockt Ich bin Dreckslut Bis jetzt Ich muss mich nicht fliegen Was sind die? Mori, siehst du die Gegner da? Hä? Wo ist der Scheiß? Ja Da oben Scheiß drauf Ja, aber wir haben nur drei gekillt Einer von denen muss ja noch leben Hä, wo ist der Scheiß? Ja Da oben Ja, aber wir haben nur drei gekillt Gleich blieb der wieder Das ist nicht der Marsch Ja Warte, bin ich jetzt komplett bescheuert? Warte Ja, okay Boah, der muss mich hier noch warm Warte, ich nehme den Koffer mit Warte, ich nehme den Koffer mit Muss mich noch warm schwimmen, Digga Ah, Moin Ah, Moppy ist da Oh, Moppy, moin Willst du mitspielen? Ah, ne, wir sind ja voll Scheiße Moins sind Moppy Ja, da musst du Geduld noch mit Kollege Oder einer macht auf Ehre für Moppy Platz Aber ich glaube eher weniger Ja Ich habe schon Ich habe genug Ehre Ich habe für jeden zweiten einen Platz freigemacht Ami, er ist so low, er ist so low, Leute Warte, ich schiebe mich noch kurz vorhin Weil, da ist ja ein Abgang Jetzt Noin, Digga Alter, ist der schnell Oh, mein Gott Haha Alter Der ist auch groß Tee, der Schießt überall hin, Treffen Trotzdem nichts, Alter Komme grad von Schule Ah, ok, Moppy, cool Ah Fakt jetzt jetzt aus Mann, wie war Schule, Moppy? Wahrscheinlich scheiße Nein Kannst du den Games machen? Nein, wir spielen jetzt mal so Äh, vielleicht später, wenn Ja, genau, später Ja, genau, später Wenn, 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 wenn mehr drin sind Warte, die Wurschen jetzt wahrscheinlich Aber ich fetch die dann einfach Ok, Moppy, dann Und dann später, Bro Schule war gut, das ist auch schon mal gut Wenigstens das Komm, jetzt müssen wir uns die schnappen Mal Der heutige Schlüge hat mich schnappen Macht sie blocke Das ist schon Nicht wegen schlechte Noten Sondern wegen schweißen Ja, echt so Oder meine Lehrerin Junge, die sagt Wir sollen, wenn wir uns leichter tun Eine Skizze machen Wenn wir uns generell Leicht tun Dann müssen wir keine Ich mach keine Und sie schreit darunter Du sind deine Zeichen Mensch Boah, sie drückt das Kopf, aber Scheiße Was ist das? Meine Fris Bestimmt, ja Ey, geht mal weg, geht mal weg Geht mal weg Otto Digga Knock Sehr gut Darf ich die Eier? Na Gott Nein, das ist meine Lass mich nicht Oh, Digga Geht Da liegt noch ein blauer Pound, ja Ups Ey, weiß jemand wo mein Sniper ist? Jemand hat meinen Sniper Jo, schuldig bei mir Wer hat meinen Sniper genommen? Welche? Äh, es war eine Lille, eine oder blaue? Äh, eine blaue? Äh, ich hab keine Sniper Ich wohne Wer hat Sniper? Ja, bitte Hahahaha Alter, ich hab schon eine Sniper, aber keine Lille Und halt keine Lille, ne Ich hab vorher, glaub ich, äh, ich hab ein, äh, das Chess bekommen Ne blaue Also können sie es nicht da lassen Oh, Gegner kommen von der anderen Seite auch drüber Äh, ja Ja Oh, Headshot Jawohl Erster Headshot Direkt Oh Ja, komm noch genug Sniper Ja, komm noch genug Sniper Hahahaha Muss sagen ehrenlos Hahahaha Üheh Komme man nicht Hat es Hörstwer Uuuuhh, ich hab die Räder Ja, ich hab die Räder Du brauchst wieder meine Sniper Ich hab dich weggenommen Ich hab keine Ahnung was nach dem Ich hab beide gekillt Ich hab die drei alle gekillt Er hat nicht wenn ich kenne ich schon feierfuchs hat auch vieles, ja man feierfuchs ist stabil aber das war ein Bot, das war ein Bot, das war ein Bot, die er gekillt hat nein, ich hab gesehen, dass wir neid sind ich hab zwei echte auf einmal gekillt ich hab drei echte und gehn doch feierfuchs, mein Erfolg aber ich kann ihm die jahre kletzen ey, Gegner von hier kommen wir auf der Richtung stark, stark ich kann euch, ich kann uns noch eine Medaille holen wunderbar ja, das neid nicht wo wir voll so wir haben keinen schmuck, ey ich schläg bruder die machen keine Ahnung ne Schüsse und die 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 andern Und die und die und die und die und die Er macht fake Geld jetzt. Er könnte jemand die Krone für mich auch behauen. Ich tausch dich. Jo, ich komm gleich. Ich hab leider kein Moven, geht nicht schneller. Boah, Digga. Ohne Moven. Ohne Moven ist das so langsam. Ich hab auch kein Moven. Oh, Schüsse direkt oben, Alter. Warte, ich losgup. Jawohl. Losgup. 100, 10. Trock. Sehr gut. Boah, der Schuss gerade, äh, hört sich so Hass an, Boah. Ich versuch... Oh, keine Ahnung, Boah. Äh, glaube ich, leer liegt Medaille, ja, weil es schon kaputt ist, ähm. So... Digga. 28 Kills stabil. Junge Fahrvoggs ist wirklich nervig, immer. Ey, bei mir sind die Medaillons verbatten. Ey, bei mir sind die Medaillons verbatten. Warum? Was? Hat die die Medaillons verraten? Ich nicht. Oh, Schüsse irgendwo dann beim Modus. Boah, Bruder. Ich hab einfach ne Lühne, Sniper und ein Chess bekommen. Boah, Mann. Sind da Gegner Modus, oder was? Ne, ich hab äh... Was? Ach so. Hey, Digga. Vierfuchs geht an uns alleine mal pushen. Ja, er ist ja auch nicht weg. So? Doch. Er ist schon markiert, den Gegner. Warte, drei Leute gucken mir zu. Drei Leute. Ja, ich zu. Drei aggressive Leute. Ja. Sind so. Ich bin natürlich ein toxischer Spieler und hab... Ja. Hey, wo ist hier noch? Ich hab keine Ahnung, den ich hatte. Wir waren welche doch noch. Haben sich die alle geholt? Wir fahren alle mit Auro hier. Die Leute haben mit Auro. Ouh, Firefox Dome. Das ist ein kein Geld. Ich habe einen kleinen Sniper in der Brühe. Ich habe einen kleinen Sniper in der Brühe. Warte! Ich hab's hier! Hey Digga! Oh, da drüben! Ja, ich seh noch einen! Beide in Snipe! Jo! Hab einen! Könnt ihr mich kurz holen? So! Warte! Bleib doch stehen! Schwimm! Oh, noch einen, Alter! Oh mein Gott! 38 Kills! Das ist ein Bruder! Und mir! Es geht bei euch ab, ja! Warte, ich snap den! Booster! Da, hinter Baum! D! Das ist der letzte Jungs! Komm, alle drauf! Alle vergexen! Hehehe! Das sieht nach Kronen aus! Stabil! Ja! Mein Auto ist stuck, Junge! Oder er holt seine Teammates wieder! Bleib mal stehen! Bleib mal stehen! Oh, der ist hier! Mit dem Boot! Das ist hier! Das ist hier! Ach, Digga! Warte! Ich fang ihn ab! Ich versuch zu nasskauken! Das ist hier! Ich versuch zu nasskauken! Das ist hier! Ich versuch zu nasskauken! Heidewitzka! Das war ne stabile Runde! Ey, wir würden jetzt Klasse-Games machen! Wir gucken Glück, Leute! Na, nur noch zu wenig! Ey, Noah, was geht's? Das schaue ich nur auf dem Kanal, oder? Sehr gut, habe Mittag gegessen! Oh, sehr schön! Seid ihr alle Lobby, oder was?